Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal Bashinio. In dem Kanal möchte ich euch vorwiegend Sachen auf der Linux Bash, aber auch andere Themen vorstellen, die mich interessieren, wie zum Beispiel das Thema O sind. Bisher ist dieser Kanal auch vollkommen werbefrei, das heißt, ihr könnt die Videos einfach so anschauen. Aber jetzt hat mir YouTube eine Mail geschrieben, hat mir gesagt, YouTube ist berechtigt, alle Inhalte auf der Plattform zu monetarisieren und Anzeigen in Videos von Kanälen einzublenden, die nicht am YouTube Partnerprogramm teilnehmen. Da ich nicht im YouTube Partnerprogramm bin, weil ich eigentlich damit auch gar kein Geld verdienen wollte, sondern einfach euch informieren wollte, werde ich dann von diesen Werbeeinnahmen, die YouTube erzielt, auch nichts abbekommen. Aber ich kann es nicht verhindern. Keine Ahnung, wie viele die da einblenden werden. Vielleicht muss ich dann auch irgendwann die Plattform wechseln, das weiß ich jetzt noch nicht. Wir werden sehen, was kommt. Auf jeden Fall kann es ab 1. Juni sein, dass in diesem Kanal Werbung kommt, die ich leider nicht verhindern kann. Ja, das wollte ich euch nur erzählen. Macht's gut. Ciao, ciao.